Jetzt wollen wir mal eine Runde um Arendsee fahren und nehmen wir euch mal mit. Bis gleich. Auf geht's. Oh, das lässt sich scheiße fahren. Ich komme mir mit dem Fuß gegen. Echt? Ja. Oh, das lässt sich schon. So fahren lässt sich hier gut. Das ist schon eine coole Gegend hier. Das ist schon eine coole Gegend. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Irgendwie muss man noch hier ans Wasser kommen. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Alles umzäunt. Na, wir schauen mal. Alles umzäunt. Alles umzäunt. Alles umzäunt. Alles umzäunt. Alles umzäunt. Okay. Okay. Ouais. Okay. Bывает. jetzt sind wir mal am wasser angekommen das wasser ist echt mega klar echt cool hier ich weiß gar nicht ob ich die hier so raufkriege schauen wir mal wir fahren verboten keine ahnung ob wir richtig sind lasst mal ausprobieren wir haben Zeit ah ist ja bald Weihnachten ne keine Badeaufsicht baden auf eigene Gefahr ja man kann halt hier nicht direkt am Wasser langfahren was ich ein bisschen schade finde da kannst du immer nur einzelne Punkte anfahren nächster Haltepunkt hier schauen wir uns auch mal an das Wasser ist jetzt wirklich super sauber jetzt muss man sagen guckt mal schön ich würde sagen der Teich war mit Sicherheit ja Teich der See war mit Sicherheit schon ein bisschen voller also springen würde ich ja nicht mehr da vorne kommt die Fischerei Kabel da waren wir gestern schon und haben uns Fisch gekauft richtig super super lecker Ja. sei es mir verziehen wenn es ein bisschen wackelt ich habe die kamera am lenker befestigt das ist ein bisschen Ich kann nichts fahren. Es ist halt so, dass hier rund um den See eigentlich alles privat ist. Du halt nur bestimmte Anlaufpunkte zum See hast. So wie Bootsanleger oder vereinzelte Badestellen. Ja, so ist das hier. Aber sonst trotzdem richtig cool. Ja, richtig cool. Ich weiß nicht, ob das Ferienhäuser sind? Das sieht aber ganz klar aus. Was hast du? Jetzt hat man einen schönen Weg. So. Links? Ja, ne? Schauen wir mal. Hier kann man gleich die Bildstabilisierung ausprobieren. Ja. 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 Endlich mal wieder ein bisschen Sonne. ja hier im osten sieht man das nicht so eng ist ja keiner nackig fahr mal weiter so guck mal da kannst du bestimmt bier trinken das wäre was für jochen menschen hallo doch noch mal öffentlichen steg erwünscht hallo haben wir echt glück gehabt und einen guten tag erwischt da hinten da ist unser cappingblatt weiter gehts da muss man bald mal einhalten und vom kaffee trinken oder? sonst sind wir gleich wieder am campingplatz jetzt sind wir hier in den kleinen örtchen Arendsee angekommen jetzt sind wir alle um den ganzen see gefahren also fast jetzt schauen wir mal dass wir noch irgendwie einen abstecher machen weil die tour war jetzt nicht so groß ungefähr elf kilometer da schauen wir mal hier sind wir auf dem yoga rundweg Arendsee sport wollen wir mal nicht machen ja ja jetzt sind wir hier am bootsanleger in der nähe vom campingplatz der campingplatz ist quasi irgendwo wo diese rutschen sind da ist das strandbad mit hüpfburg weiter gehts wenn es interessiert hier kannst du auf dem wratt tauchen und irgendwo im schiffswrack liegen cool jetzt ist hier links neben uns ist schon der campingplatz mit den ganzen dauercampern was sagst du? ja jetzt sind wir wieder zurück am campingplatz frische mails da ist unser wohni jetzt trinken wir erstmal einen kaffee es ist erwähne das ist